Teil 18 Und Musik-Events lockten junge Musiker und Musikerinnen aus ganz London an. Heute herrschte besonders viel Gedränge. Das Tonstudio startete das Sommerprojekt. Jeder schien Raymond zu kennen. Ein großer, schlagsiger Junge kam schnurstracks auf sie zu. Hi Raymond, gibt's dich auch noch? Habt dich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen? Idiot, brummte Raymond. Steve war Schlagzeuger seiner Band. Raymond hatte komplett verdrängt, dass er vorgestern die Probe geschwänzt hatte. Verdammt, auch das noch. Die anderen würden ihn heute bestimmt die ganze Zeit blöd anmachen. Das ist übrigens Chrissy, meine Cousine, murmelte er und deutete vage in ihre Richtung. Hi, Steve musterte sie ungeniert von Kopf bis Fuß. Spielst du auch ein Instrument oder singst du? Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Dein Vetter lässt uns ab und zu im Stich. Blockflöte, aber nur drei Töne, antwortete Chrissy abwehrend. Und mein Gesang wird euch garantiert nicht zu Ruhm verhelfen. Schade, aber war'n Versuch wert. Gehen wir was trinken. Steve packte Chrissy am Arm und schob sie, ohne auf eine Antwort zu warten, Richtung Cafeteria. Raymond trottete hinterher. Sie setzten sich an die Theke. Also, du musst bei den Aufnahmen mit mehr Feuer und Biss mitmachen. Ist kein Scherz. Alter, wir brauchen dich und deinen Groove. Du weißt, was auf dem Spiel steht, redete Steve ungewohnt ernst auf Raymond ein. Mach ich doch, aber ich hab' den Job im Theater und wenig Zeit, schnurrte Raymond geschmeichelt. Ist das dein ganzes Problem? Zack hat einen sechs-Tage-Fulltime-Job und singt trotzdem. Wir kriegen das organisiert. Raymond pfifft durch die Zähne. Echt? Malucht er fast jeden Tag? Zack, ihr Liedsänger, brauchte immer dringend Kohle. Aber die ganzen Ferien über Vollzeit zu schuften, das war ganz schön krass. Da hielt er mit seinen paar Stunden im Theater besser die Schnauze. Von wegen keine Zeit und so. Und, habt ihr die Songs für die CD beim letzten Mal ausgesucht? Steve nickte. Welche? Fragte Raymond. Sag ich nicht. So viele Songs hatte die Band eigentlich gar nicht. Downtown Hurricane, tippte Raymond. Yeah! grüllte Steve. Raymond fing an, Luftgitarre zu spielen. Und Irish Robots of the Underground. Steve hämmerte rhythmisch zu Raymonds Luftgitarrenspiel auf den Tresen. Ein Junge öffnete die quietschende Cafeteria-Tür und schaute sich suchend um. Zwei Typen hampelten spastisch auf den Barstühlen herum. Völlig durchgeknallt. Er erkannte ihre Rückenansichten auf Anhieb. Zwischen ihnen saß das singende Temse-Mädchen von heute Morgen. Schwarze Lockenmähne, lila T-Shirt und der seltsam gepunktete Rucksack. Er ging zur Theke und klopfte Raymond beruhigend auf die Schulter. Raymond drehte sich um. Hi, Zach. Wir haben gerade von dir gesprochen. Alter, na endlich! begrüßte ihn Steve. Darf ich dir unsere neue Background-Sängerin vorstellen? Chrissy. So ein Quatsch! Chrissy drehte sich um und fügte achselzuckend hinzu. Hör nicht auf ihn! Wäre eine absolute Fehlbesetzung! Ich kann überhaupt nicht singen! Extrem blaue Augen blitzten ihn an, und er verschluckte das spontane, ich weiß, gerade noch rechtzeitig. Diese Augen! Er suchte krampfhaft nach einer passenden Antwort, aber nur ein einfallsloses Hallo entwich seinem leergefegten Hirn. Hey, Zach, wie schaffst du es, alle Songs für die CD im Studio einzuspielen, quasselte Raymond drauflos. Du kannst ja nicht gerade ins Studio schlappen, wann es dir gerade in den Kram passt. Zach riss sich zusammen, unterbrach widerwillig den Augenkontakt und wandte sich Raymond zu. Seine Sprachblockade löste sich augenblicklich. Ich krieg das auf die Reihe. Aber wie klappt's bei dir? Warum hast du uns eigentlich das letzte Mal versetzt? Mann, jetzt erscheine ich einmal in zwei Jahren nicht zur Probe, und schon zickt ihr rum. Ich konnte nicht. Punkt. Jetzt hast du's uns aber gegeben, flapste Zach und lächelte Chrissy an. Raymond, du Kanalratte! Etwas detaillierter! Lass es raus! Komm schon, bohrte Steve und schaute ihn erwartungsvoll an. Steve, das ist sogar für deine abgebrühten Ohren zu hart, brummte Raymond grimmig. Mädchengeschichte? Fragte Steve lauernd. Halt's Maul! Knurrte Raymond mit einem Seitenblick auf Chrissy. Steve ließ ab. Da war im Moment nichts drin. Raymond würde sicher nicht auspacken, solange seine Cousine dabei war. Aber vielleicht ja später. Er würde es schon aus ihm herauskitzeln. Steve wandte sich an Zach. Alter, arbeitest du jetzt eigentlich bei Harrods oder bei Stencil? Bei Harrods. Die zahlen besser, antwortete er. Bist du im Verkauf? Fragte Chrissy neugierig. Nein, ich helfe nur bei Auslieferungen mit. Zach, Liedsänger der berühmten Punkband Dockland Bricks und Hoflieferant ihrer Majestät der Königin von England. Steves Stimme überschlug sich vor Begeisterung. Zach lachte. Ha, du bist nicht gerade auf dem neuesten Stand. Harrods beliefert seit den Streitigkeiten um den Unfalltod von Dodi und Lady Diana die Royals nicht mehr. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Mein Chef, Mr. Mohamed Al-Fayed, hat damals das königliche Hoflieferantenwappen abmontieren lassen. Echt? Auch recht. Gibt's sonst noch irgendwelche heißen Kunden? Fragte Steve. Massig. Versicherte Zach. Steve warf einen Blick auf die Uhr überm Tresen. Hey, Leute, ich glaub, wir sollten schnellstens runter ins Tonstudio. Chrissy, kommst du mit? fragte Raymond. Nein, ich will ins Internet. Ich zeig dir den Medienraum, bot Zach an. Raymond wollte einwenden, dass Chrissy sich hier auskannte. Als sein Blick auf Zach fiel, klappte er seinen Mund wieder zu. Bis nachher, Chrissy. Beeil dich, Zach. Und bleib sauber, rief Steve den beiden nach. Mann, den hat's erwischt. Vom Fleck weg, schwadronierte er und packte Raymond am Arm. Was? Fragte Raymond unwirsch. Zach und deine Cousine. Hast du Dumpfbacke es nicht bemerkt? Bei ihm hat's gefunkt. Hat sie einen Freund? Ich hab keine Ahnung, antwortete Raymond barsch. Er wusste es wirklich nicht so genau. Aber er nahm an, dass Chrissy Solo war. Eigentlich passte es ihm gar nicht in den Kram. Zach und Chrissy. Nein, wirklich. Sie war so eine Cousine. Das war Teil 18 von Scromax London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de So sind می след für Kram, meinameschs Everyday. Herr Ant 태um kalau ich AdventuresIt. Wie. Verst euro schcenалась. Vielen Dank.